ja leute und willkommen zu einem weiteren part von happy reels ich habe schon alles eingestellt fangen wir doch mal direkt mit downhill bmx 3d an und zwar mit vater und sohn so krassen hintergrund effekten müssen wir runter so diesmal mit kratzer mütze und kapuze will meine höhere scheiße aussehen und 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 ja 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 wir waren schon da oben speed up yes one eyes yo 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 got cool good now you should could them all Dad, look, don´t care. What a beautiful day. Ah, scheiße. Run. Oh, die Frau hat´s mitgenommen. Do you love me? No. I love you. Dein Mann musste getötet werden. Police. Nackenbrecher. Aber ich muss sagen, das war nicht schlecht. Machen wir dann mal Harpoon Run Freezy mit Santa Claus. Los. Los. Sind wir tot? Ja, wir sind tot. Aber trotzdem. Na fuck, komm. Robeswing PE. Mit. Fadda. Na okay dann. Der Segway-Guy. Das war schon ein Fail. Ma. Ja, ja. Fuck. Und. Der Segway-Guy. Ach, wir haben da. Was haben wir noch? Oh, um. Assassinstreet-UN 2. Oh, geiles Level, oder? Oh, Leute. das level hat das level hat drei scheiße und nun sauber so ja auch man so dann machen wir jetzt mal weiter mit dem simpel kurs level ja klar klar war Was? Junge! Ah, wir leben noch. Nein! F***! F***! Speedrun mit Sterben. Oh oh! Na komm schon! F***! 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 Typische Legs! Oah Ne! Ne! Ne Ne! Doh du Scheiße! E-Sie! Fack, 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 fack. Parcours. Wir haben immer noch Lags. Scheiße, warum? Okay, jetzt geht's wieder. Nehme schon Parcours. You can do this. Nein! Oh nein! Oh ho 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 ho! Ah! Nee! Oh nein! Nein! Mann, ich hab jetzt keinen Bock, das ganze Level nochmal neu zu machen. My glass break 1. So, letztes Level jetzt. Ich halte das Level kurz. Er soll natürlich blaue Dingens hinzunehmen. Start! Wow! Was? Ich bin Randy. Ja, ist so easy, Mann. Oh! Oh! Ja! Geil! Ne! Okay! Leute! Jetzt seht ihr ein Quiz. Loll geht 100 Plays in 10 Minutes. Ähm... Ja! Ja! Nein, ja! Dann! Ich muss sagen, ich guck die Dingens nicht. Wer ist der beste BPL-Player von non-special-Card? Ja, war Tours oder so? Oder Eden? Ja! Ja! Ich mach mal das hier. Ja! Okay! War auch falsch. Oh! Fuck! Na, scheiß Hobby, wir brauchen keine Beine. Ich glaub alle Fußball-Fans werden mich jetzt auslachen. Arjen... Ja, da, ne? Da steht ja 100 in Part 3. So, neun Minuten. Ich glaub, ein Level können wir jetzt noch hier aus der Seite machen, und zwar ein Swat Throw zum Schluss. Ne, er hätte die Dingens ein bisschen noch länger machen müssen. Na gut, wir sind dort. Na scheiß drauf, wir haben jetzt 10 Minuten. Ich würd sagen, wenn euch hier der Podcast mal hat, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Vergesst nicht einen Daumen nach oben da zu lassen, um mich zu unterstützen. Und klickt auf jeden Fall auf den Abo-Button, der ist nämlich kostenlos und kostet auch nix. Ihr müsst nix dafür bezahlen. Und ansonsten sag ich nur noch haut da rein und bis zum nächsten Mal. Tschau!